Ich habe in der Vergangenheit sehr viele fachliche Ausbildungen gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, es ist derzeit auch mal Führungs- und Sozialkompetenz an mir weiter zu schaffen und weiter zu kommen. Dann kam ich auf das AMP hier in St. Gallen und das hat mich wirklich aufgrund des Programms und den Referenten, die es dort hat. Zusätzlich habe ich gesehen, dass die Module wochenweise sind und auch in sich geschlossen, was für mich auch sehr wertvoll war. Das Programm bietet sehr viel Abwechslung, sehr viele neue Inputs im Bereich Persönlichkeit, Führungskompetenz, Sozialkompetenz. Es ist sehr interaktiv und nicht nur Frontalunterricht und man hat auch die Gelegenheit in vielen Informationen, in Gruppendiskussionen und in Gesprächen mit den Kollegen zu reflektieren. oder eben auch Zeit, um es mit sich selber zu reflektieren. Diese Teilnehmenden finde ich sehr spannend, weil es sind wirklich alles Personen, die inmitten im Leben stehen, die in ihren Unternehmungen auch wirklich grössere und kleinere Führungsrollen haben. Und das gibt für mich die Gelegenheit für interessante Gespräche, für einen interessanten Austausch eben auch auf Augenhöhe. Ich kann die verschiedenen Modelle, aber auch das, was ich über mich selber gelernt habe in meiner täglichen Führungsarbeit mit den Mitarbeitenden, aber auch mit den Kollegen oder sogar in der Familie kann ich das jederzeit anwenden. Aber vor allem kann ich es auch in der Entwicklung von Unternehmensstrategien oder in der Umsetzung von Unternehmensstrategien einsetzen, mit dem psychologischen Aspekt darin. Wie kann ich Mitarbeiter mit auf den Weg nehmen, in einem Change-Prozess? Wie reagieren die Mitarbeiter unterschiedlich auf Veränderungen? Wie reagiere aber auch ich unterschiedlich auf Veränderungen? Und wie wirke ich dann? Das sind für mich ganz wichtige Teile, die ich in meiner täglichen Arbeit einsetzen kann. Ich habe mich persönlich besser kennengelernt. Und ich reflektiere mich viel mehr selber. Ich habe das Gefühl, ich spüre mich mehr. Und ich hoffe, das spürt mein Umfeld, meine Mitarbeiter, dass ich auch ein bisschen einen anderen Führungsstil am aufbauen bin. Und für mich war es wirklich auch wichtig, das Netzwerk, das wir hier an der Uni St. Gallen, in diesem Team, in dieser Gruppe, konnten wir arbeiten. Wirklich eine tolle Zeit gewesen. Himself wo es im dove und wenn wir? Wirklich. Wie schauen wir auf die Ebene nicht mehr. Ja, wir können die Ebene nicht besser sagen. Ich bin파 dos, etwa bis heute. Abend helfen.